Herzlich Willkommen Jungs und Mädels zu einer weiteren Folge von Life is Strange Before the Storm. Vielen Dank. Wow, der Wald ist aber schon gut abgefackelt. Ich würde nur sagen, ich würde wahrscheinlich alles machen, um dich sicher zu halten. Hey, Vater. Ja? Ja? Hm. I just don't know anymore. That's what makes it so horrible. James Amber, the perfect dad, and James Amber, the scheming asshole, would act exactly the same around Rachel. Sweetheart, you're a terrible liar, so I couldn't have been much better, right? Would you love me less? I guess it depends on what it was. That's the trouble, sweetheart. The truth is risky. And the idea of you loving me even a little less? I don't think I'd ever want to risk that. Are you really ready to hear the answer to your question? No, actually not. You know what, dad? Never mind. I don't, I don't need to know. I like it better this way. What way? That'll always be the perfect dad. How many people get to say that? Hm. No way. My ride, my tunes. I'm so sorry. When I return on like a river, moving the river, moving the river. And then, you might be on a river. I mean, I read a man. You can all go, I don't know where you're going to do it. You can't, you know, go to the river. I can just like, you can't, I will, you know. So Jungs und Mädels, sollte euch das Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. Sollte es euch nicht gefallen haben, könnt ihr mir gerne auch ein Dislike geben, aber dann schreibt bitte in die Kommentare, woran es gelegen hat, damit ich etwas ändern kann. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis denn dann.